Jo, hi Leute, hier ist Flo Rounder und willkommen zu einem Kochen-Spezial mit Weihnachtsplätzchen. So, hier ist Flo Rounder und willkommen zu einem Kochen-Spezial mit Weihnachtsplätzchen. So, hier ist Flo-Spezial mit Weihnachtsplätzchen. So, hier ist Flo-Spezial mit Weihnachtsplätzchen. . 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 Leute, dann bin ich mal fertig hier mit sieben Tellern an Plätzchen und ja, das war hier Kochen auf Speed die Weihnachts-Edition mit Plätzchen backen und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen teilweise hier mit Puderzucker teilweise mit Bitterschokolade und ihr könnt da die auch noch süße Perlen drüber sträufeln oder irgendwas ich esse jetzt erstmal ein bisschen und sag mal Tschüss, wenn euch das gefallen hat natürlich Subscriben, Daumen hoch ihr wisst Bescheid und ich sag erstmal mmm so Puderzuckerwander Puderzuckerwander